Wir stellen den Aquatec Kogia von Invercare vor, der ein sicheres, einfaches und bequemes Baden bietet. Mit lediglich 10 Kilogramm Gewicht ist der Kogia sehr leicht und kann einfach in die Badewanne abgesenkt werden. Mit einfachen Befestigungen lässt sich der Kogia rasch montieren. Der Kogia ist exakt auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt, sodass Sie problemlos in die Badewanne ein- und aussteigen können. Dadurch erhalten Sie eine größere Unabhängigkeit. Dank der sanften Hebe- und Absenkfunktion und der verbesserten Stabilität können Sie sich auf dem Kogia entspannt zurücklehnen und Ihr Bad genießen. Das schwimmfähige Handbedienteil ist leicht zu bedienen. Dank der offenen Grundplatte kann der Kogia für eine schnelle und einfache Reinigung in der Badewanne verbleiben. Zudem sind die Bezüge des Kogia maschinenwaschbar. Aufgrund seines flexiblen Designs kann der Kogia leicht abgebaut und verstaut werden.